Liebe Leser von appgefahren.de und hueblog.de, wir haben für euch die neuen Philips Hue Bluetooth-Lampen, beziehungsweise die nächste Generation. Wie ihr seht an der Verpackung, die ist schon ein bisschen beschädigt, kam halt so an im Amazon-Paket, aber halb so wild, ganz klassisch mal wieder in dieser lila-gräulich-schwarzen Verpackung. Neu hier oben ist natürlich jetzt das Bluetooth-Zeichen, das angebt, dass diese Version halt auch per Bluetooth gesteuert werden kann. Hier gibt es dann nochmal ein paar Informationen, die wir allerdings auch alle kennen auf dieser Seite. Ja, auch ein paar Informationen, Bluetooth und Zigbee jetzt dabei. Hinten der gewöhnliche Quatsch, sage ich mal, weiterhin 800 Lumen. Hier wird angegeben, dass das der E26-Stecker ist, das ist allerdings die Variante für die USA, aber das sollte hier in E27 auch reinpassen und auch ohne Problem funktionieren. Hier wird angegeben, Workspace, Alexa und Google Assistant, allerdings zum Start wird nur Alexa unterstützt, der Google Assistant kommt später und wir wollen einfach mal reinschauen. Große Überraschung sollte es nicht geben in der Verpackung. Ich packe das übrigens jetzt auch zum ersten Mal aus, obwohl die Verpackung so aussieht, als wäre sie schon mal geöffnet worden, ist sie aber nicht. Wir schauen mal, komm mal raus hier. So sehen die neuen Lampen mit Zigbee und Bluetooth aus. Die sehen leicht verändert aus im Gegensatz zu den aktuell bekannten Lampen. Die habe ich auch am Start, deswegen gibt es jetzt einen Vergleich. Ganz rechts befindet sich jetzt die aktuelle Generation. Man sieht hier, ich lege mal eine beiseite, optisch kaum zu unterscheiden, allerdings hat man bei der neuen Variante irgendwie hier zwei Plastikteile verwendet, als würde man die hier öffnen können, aber die sind natürlich verklebt, das geht nicht. Hier war der Lampenstilm, ich sag mal, deutlich matter, wie man das hier auf der Ansicht sieht. Ich finde die Verarbeitung der neuen Lampen, die lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Hier, wenn man hier mal schaut, dann sieht man, das ist irgendwie nicht ganz so glatt und ein bisschen kantig, aber gut, das soll da funktionalisiert keinen Abbruch tun. Ansonsten, ja, 800 Lumen, die neuen, 806 haben die alten. Ob sich da in der deutschen Version auch 806 Lumen verstecken, wird sich zeigen, ich vermute eher nicht. Und wir wollen uns das Ganze natürlich auch mal in Aktion anschauen, wie man das Ganze einrichtet und wie die Lampe aussieht. Ich möchte euch gerne einmal durchführen, wie das Ganze hier vonstatten geht. Wir haben hier links einen normalen E27 Sockel und die neue Lampe eingedreht. Das passt hier auch mit der US-Version und man benötigt eine neue App, und zwar die Hue Bluetooth App. Die ist fast baugleich zur originalen App und wie ihr seht, wenn wir die zum ersten Mal starten, müssen wir erstmal erlauben, dass die App auf Bluetooth zugreifen darf und es gibt alles erstmal in englischer Sprache, da wie gesagt das Ganze erstmal nur für den amerikanischen Markt geplant ist. Es ist sicherlich kein großes Wunder, dass wir euch sagen, dass das Ganze hierzulande dann wohl im September passend zu eFay erscheinen wird. Und nachdem wir Name und E-Mail bestätigt haben, kommen wir direkt hier in den Einrichtungsbildschirm rein und wir können direkt ein Licht hinzufügen. Und genau das wollen wir ja auch machen. Genau, ich mache das mal an, damit hier die App auch was findet. Genau, da gibt es schon die Kopplungsanforderung. Das geht super schnell. Wir sagen dann bitte mit dem iPhone koppeln. Und wie ihr seht, ist alles schon komplett eingerichtet. Man kann der Lampe noch einen Namen geben. Ich sage jetzt einfach mal Tisch. Die steht nämlich hier auf einem Tisch. Und dann können wir hier auch schon mit der Farbe spielen. Ja genau, jetzt könnt ihr zum Beispiel sehen, bei Blau oder bei Grün ändert sich das, bei den anderen Farben, bei Rot oder so. Ist das aufgrund der aktuellen Beleuchtung hier nicht so gut zu sehen, aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und wir gehen erstmal hier den Einrichtungsprozess durch. Genau, wir haben die jetzt installiert. Ja, das ist erstmal alles, was ich machen möchte. Ich habe keine weiteren Lichter. Ich hätte noch eins, aber das richte ich jetzt nicht ein. Und dann sind wir hier in der, ich sage mal, etwas abgespeckteren Version der Hue-App. Und können hier, wie ihr seht, auf dem Startbildschirm unter Lights alle meine Lampen sehen. Das ist jetzt nur eine. Im Explore-Tab gibt es dann halt hier so ein paar Informationen zur Bridge und weitere Infos zu Philips Hue. Und in den Settings können wir zum Beispiel, was sehr interessant ist, einen Transfer zur Hue Bridge durchführen. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sage mal, man kann ja maximal 10 Bluetooth-Lampen koppeln. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte aber doch noch mehr haben und möchte das Ganze ein bisschen erweitern, mein System, kann ich hier sagen, Transfer zur Hue Bridge. Da muss man die natürlich kaufen, am besten in einem Starter-Set. Dann kann man die aktuellen Lampen, die mit Bluetooth funktionieren, und die man dann halt auch mit Zigbee steuern möchte. Einfach übertragen auf die Hue Bridge. Dann hat man die Möglichkeit, direkt 50 Lampen in der Hue Bridge anzubinden und kann so sein System dann einfach transferieren und dann mit der Bridge nutzen. Genau, ich habe jetzt keine Bridge hier, aber man wird wahrscheinlich auf den Knopf drücken und dann lernen sich die beiden kennen und dann wäre das transferiert. Ja, an sich, hier haben wir dann natürlich ein paar vorgefertigte Szenen, die wir hier einfach auswählen können. Es gibt wohl mehr als 30 aktuell. Man hat hier halt den Color Picker. Den habt ihr gerade schon gesehen. Man kann hier alle Lichter an- und ausschalten und hier auch die Helligkeit aller Lichter steuern und hier unten dann halt auch die Helligkeit einzelner Lichter. Sehr rudimentär, möchte ich sagen. Da, ich weiß nicht, ob es hier noch ein bisschen mehr kommt in Zukunft, aber das Ganze richtet sich ja auch eher an Einsteiger, die sagen mit Bluetooth-Lampen, ach, ich will mir keine Bridge kaufen. Ich kaufe mir einfach eine Lampe, schraube sie in eine Halterung rein, wie zum Beispiel hier oder halt in einen Lampenschirm mit der entsprechenden Fassung, koppel die mit der App per Bluetooth und kann sie dann super einfach per App steuern. Das ist wirklich sehr einfach und funktioniert auch super gut und ich würde sagen, das können auch Laien, die bisher damit noch gar nichts zu tun hatten, super einfach einrichten. So, ich habe mal die zweite Lampe mit eingerichtet und in einen Lampenschirm reingepackt. Wie ihr seht, links in einem normalen Sockel und jetzt rechts in dem Lampenschirm drin. Die Farbwiedergabe im Video ist jetzt nicht perfekt. Das ist leider so. Das ist jetzt die Farbe Blau. Die kommt halt nicht so gut rüber, aber ich will euch einfach mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir ein paar Farben wechseln. Jetzt gehen wir zum Beispiel auf eine Art Lila-Pink. Das sieht man links besser als rechts, weil rechts ist es jetzt wirklich mehr weiß. Aber man hat hier das ganze Farbspektrum. Bei diesem Orange sieht das Ganze noch mal ein bisschen hübscher aus hier im Video. Wenn wir mal in so ein helles Grün gehen, hier noch ein etwas kräftigeres Grün, da muss man auch sagen, die Farbwiedergabe, die sieht gut aus. Und hier das Blau. Und wenn man, sage ich mal, ins Weiße geht, dann ist das ganz schön grell und man möchte da gar nicht reingucken. Wir haben aber auch die vorgefertigten Szenen. Ich halte noch mal hier die App rein und können dann hier dann auch sagen, okay, ich möchte jetzt die Szene Relax aktivieren und dann schaltet das automatisch um. Hier haben wir noch entsprechend der Jahreszeiten etwas, was für den Winter etwas heller, bläulich. Der Herbst ist dann eher so ein bisschen in Gold. Und ja, wie gesagt, wir haben hier noch viele weitere Szenen, die man einfach aktivieren kann. Man kann natürlich auch eigene anlegen und diese speichern. Aber ich finde diese vorgefertigten Szenen echt cool. Da sind ein paar coole Sachen mit dabei. Was man aber auch sagen muss bei der neuen Hue-Lampe, sieht man den Unterschied zwischen dem oberen und unteren Teil der Plastikschale, sage ich mal. Ich zeige euch mal genau, was ich meine. Ich habe euch ja gezeigt, dass hier quasi so ein Schnitt drin ist und der Teil heller ist und dieser etwas dunklerer. Warum das jetzt so genau gemacht wurde, weiß ich gar nicht so genau. Im Video sieht man auch das leider nicht so gut. Wenn man das hier noch mal in eine andere Farbe bringt. Das Orange war ganz gut. Ja, das sieht man nicht. Man sieht da aber einen kleinen Unterschied. Warum das so gemacht wurde, weiß ich nicht. Im Lampenschirm ist das natürlich vollkommen egal. Aber wenn man die einzelnen Leuchte so sieht, sieht man es. Aber normalerweise benutzt man sie ja natürlich im Lampenschirm. Deswegen sollte das eigentlich kein großes Problem sein. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass auch die neue Lampe mit Bluetooth sehr gut funktioniert. Sie ist vor allem sehr schnell eingerichtet. Und wie gesagt, Anfänger, Einsteiger, die sich mit dem System vertraut machen wollen, aber keine Bridge kaufen wollen, können so super schnell eine smarte Lampe einrichten und dann per App steuern. Das geht echt sehr, sehr einfach. Aktuell gibt es nur die Fassung mit E26 für den US-Markt. Aber wie gesagt, im September werden dann die neuen Lampen auch hierzulande erscheinen. Und weitere Lampen sind natürlich geplant, zum Beispiel mit E14 Sockel und die entsprechenden Versionen dann auch. Die Hue White wird weiterhin bei 19,99 Euro liegen. Die Hue White Ambience wird 29,95 Euro kosten. Und die Hue White Ambience und Color liegt dann bei 59,95 Euro. Im Herbst werden wir mehr wissen und dann werden wir euch natürlich noch mal weitere Eindrücke liefern. Das hat dazu gesehen, Untertitelung des ZDF, 2020